Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Namibia. Wir haben Tag Nummer 11 und wir stehen weiterhin auf dem zweiten Rang, jetzt mit 86 Punkten. Und wir haben Gabun besetzt, vollständig heute Nacht, auch die Hauptstadt und damit einen weiteren großen Moralbonus mitgenommen und etwas Geld auch noch dazu und stehen damit jetzt wirklich gut da und sind offiziell im Midgame angekommen. Denn unsere Produktion sieht richtig gut aus, 586 pro Stunde Öl und etwa 150 pro Stunde in beiden Materialien. Das ist wirklich gut und damit können wir jetzt auch endlich unsere Fabriken richtig betreiben. Wir bauen aktuell drei Fabriken aus, zwei sind bereits auf Level 1 und werden auf Level 2 aufgerüstet und bauen auch jeweils eine Artillerie. Und eine weitere Fabrik wird aktuell gebaut in Kapstadt und die ist dann in einem Tag fertig und wird einen Kreuzer bauen. Ansonsten baue ich noch eine Eisenbahn in Kindu, die ist in zwei Tagen und 20 Stunden fertig. Jetzt erst einmal ist so ein bisschen Regeneration angesagt. Wir haben viel verloren, wir haben gerade mal etwa 40.000 Truppen und das ist nicht viel. Im Vergleich zu den Ländern um uns herum ist das gar nichts und deshalb würde ich erstmal gerne so ein bisschen, zumindest für ein bis zwei Tage so ein bisschen regenerieren, ein paar Truppen sammeln, wieder unsere Fabriken fertig kriegen und so weiter und kein großes Risiko eingehen und dann mit einer guten Armee angreifen, sobald wir bereit sind. Denn wie schnell das gehen kann, dass man spontan angegriffen wird, habe ich gestern gesehen, nämlich im Fall von Mosambik. Die wurden angegriffen von Madagaskar, hinterhältigst und ohne Kriegserklärung. Nachdem jetzt tagelang da nichts passiert ist, sie haben alle ihre Chancen, wo sie hätten angreifen können, verpasst. Sie haben alle ihre Allies verloren und jetzt gestern an Tag 10, da haben sie alle ihre Truppen eingeschifft, aber immer separat eingeschifft und dann hier bei Mueta anlanden lassen. Und was soll ich sagen, sie haben alles verloren. Wir können mal kurz schauen, hier bei den Alliierten, gestern müsste das gewesen sein. Das ist jetzt hier die Philippinen, die sind ein bisschen schlecht drauf manchmal in den Zeitungsartikeln. Hier, genau, Madagaskar 146.000 Truppen verloren, Mosambik 59.000. Also eine wirklich gute Statistik. Und das lag eben daran, dass Madagaskar nicht respektiert hat, wie schlecht man eben landen kann, wie gut es ist, da mit Truppen zu verteidigen an der Küste und hat damit einfach mal alle Truppen hier verloren. Und damit ist Madagaskar jetzt sehr einnehmbar. Ich habe bereits Mosambik geschrieben, sie sollen auch am besten direkt eine Landung durchführen. Und ich denke, das werden sie auch bald dann machen. Denn hier dürften nicht mehr als irgendwie 10.000 Truppen noch rumstehen. Sie haben das meiste losgeschickt, das meiste verloren. Das heißt, Madagaskar ist jetzt ziemlich free. Und das ist cool, weil das bedeutet, wir müssen da keine große Kampagne machen, keine große Seekriegsführung. Das können sie ganz einfach einnehmen jetzt. Und der ganze Rest findet sich dann. Denn dann wird der Plan sein, gemeinsam mit Mosambik hier britisch Ostafrika auszuschalten. Und in der Zwischenzeit werde ich mich dann aufbauen in Richtung Kamerun und auch Nigeria. Und dann die beiden ausschalten. Und dann bleibt hier eigentlich nur noch Libyen und theoretisch Marokko. Und das war's. Und somit werden wir uns dann endgültig durchgesetzt haben als die stärkste Macht in Afrika. Denn aktuell sind zumindest Kamerun und Nigeria noch so ein bisschen kritisch. Sie haben relativ viel Produktion. Und Nigeria hat auch noch bei Tag 11, sie haben den ersten Platz bei den effizientesten Wirtschaftsnationen aufgrund ihrer guten Produktion durch die ganzen Fabriken, durch die ganzen Eisenbahnen. Das gibt ihnen so einen kleinen Bonus, weil sie eben pro Provinz mehr Ressourcen rausholen als wir in dem Fall zum Beispiel. Weil sie eben sehr viel Infrastruktur haben. Und das heißt, sie sind durchaus nicht schlecht. Sie haben eine gute Produktion und sie könnten auf jeden Fall zumindest in der aktuellen Zeit etwas gefährlich werden. Also will ich die beiden ausschalten, bevor da irgendwas passieren kann. Des Weiteren, die Philippinen, die sind unterwegs. Die haben eine Truppe gebildet aus zwei Kreuzern. Die haben sich schnell mit Goldmarke fertiggestellt. Jetzt schon an Tag 11 in ihrer Provinz, in ihrer Fabrik in Malila. Und die gehen aktuell nach Norden und zwar Richtung Japan. Ist eine sehr kleine Armee. Zwei Kreuzer, 30.000 Truppen, drei Panzerwagen. Die wollen hier oben irgendwo in Japan landen, nehme ich mal an. Wir wissen, dass sich Japan und die Philippinen nicht so gut verstehen hier in der Karte. Auch historisch nicht, I guess. Aber ja, die wollen jetzt hier landen. Und das, finde ich, ist eine sehr interessante Sache. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee ist. Vor allem, ich verstehe nicht ganz, was so genau die Philippinen hier machen. Sie greifen halt echt nicht an irgendwo. Sie könnten sich schon längst hier die KI geschnappt haben in Borneo. Sie könnten hier die Inseln sich schnappen. Sie haben viel frei und eigentlich auch echt gute Stats. Aber deren Spielstil überzeugt mich bisher nicht ganz so sehr. Also der Angriff hier ist sicherlich nicht schlecht. Aber warum dann nicht gleich mit allem? Warum sitzen hier 30.000 Truppen und machen nichts? Warum nicht direkt die ganze Armee? Nee, weil dann wird es auch eher was. Weil das hier wird ja dann entdeckt werden. Sobald es hier ist, werden die Japaner es sehen können von dort. Und dann werden sie reagieren können darauf. Und naja, ich weiß nicht. Überzeugt mich nicht so. Also wenn das klappt, sure. Aber ich glaube, da wäre eine größere Armee wirklich nötig gewesen, um das wirklich auch ausnutzen zu können. Weil wenn wir da schon ausgehen, dass Japan das meiste ihrer Truppen hier drüben hat, die führen gerade Krieg gegen Sibirien, dann wäre es doch cool, wenn man hier mit mehr Truppen landet. Dann kann man zumindest die ganze Insel einnehmen. Und dann wäre das doch schon ziemlich geschehen um Japan. So dagegen ist das ziemlich halbherzig. Also mal schauen, ob das gut geht. Ich hoffe auf das Beste. Ich hoffe aber auch, dass das nicht auf uns zurückfällt, weil wir haben das nicht autorisiert und das nicht irgendwie unterstützt. Das ist eine spontane Aktion von den Philippinen hier. Sonst haben wir auch ein bisschen Spionage betrieben. Wir hatten noch gemeinsame Spionage gehabt gestern mit den Philippinen. Die ist aber ausgelaufen. Ich habe einen Sabotage-Spion geschickt nach Halkingol. Beziehungsweise nach hier. Und möchte dort so ein bisschen schauen, dass wir da die Produktion stoppen. Denn Japan hat ja bereits eine Level 2 Fabrik. Kann das eigentlich sein? Macht das Sinn, dass das schon eine Level 2 Fabrik ist? Ja, macht Sinn. Stimmt, natürlich macht das Sinn. Ist natürlich ein bisschen schwierig, dass die da so schon eine gute Produktion haben mit Eisenbahn, Kaserne, Fabrik. Und ich habe jetzt mal so einen Spion reingeschickt, um den so ein bisschen da das kaputt zu machen. Wir haben bisher nur die Kaserne zerstört. Ich werde den Spion vielleicht auch abziehen müssen dann. Vielleicht nach Harbin. Muss ich mal schauen, wo ich dahin gehe. Einfach so ein bisschen Japan zu stoppen, dass die nicht zu stark werden. Weil Japan ist wirklich eine Bedrohung. Die haben 110 Punkte. Wir haben 86. Und auch von den Provinzen her. Sie haben 63. Wir haben 34. Das ist viel mehr. Also ja, das ist wirklich schlimm. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir da gleich aufstehen. Und auch die United Latin American Nations. Die haben auch 43 Provinzen. Das ist einiges. Also wir hatten ja ein echt gutes Early Game. Wir hatten so viele Provinzen bekommen. Wir mussten hart dafür arbeiten. Also auch Angola und Kongo. Das war ein Arbeitsakt. Aber hat funktioniert. Aber trotzdem, obwohl wir so schnell vorgerückt sind, einfach andere waren dann doch schneller. Das ist wirklich krass. Ich bauche bereits so eine kleine Sichtlinie auf hier Richtung Südamerika. Nur eben für den Fall, dass hier irgendwas kommt. Ich gehe davon nicht aus, dass die irgendwas machen würden hier. Aber nur für den Fall. Ich will nicht überrascht werden von der Landung. Und aktuell generell hier ist auch Krieg zwischen Kalifornien und Mexiko. Aber Kalifornien hat große Moralprobleme. Die werden glaube ich gar nicht so lange bestehen. Denen geht es hier gar nicht so gut. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das nichts wird. Aber mal schauen, was da passiert. Generell hier oben gibt es keine Koalition bisher. Das sind einige Nationen hier. Du hast hier Kanada, Ontario. Alaska ist glaube ich inaktiv. Und Kalifornien. Aber keine Koalition. Die sind alle nicht befreundet. Glaube ich. Denke ich. Weiß ich nicht. Behaupte ich mal. Und in Europa sieht es so aus, als würde das deutsche Reich zu Ende gehen. Jetzt auch wirklich. Denn sie sind im Krieg mit Österreich. Die zwei eine KI sind. Ich weiß gar nicht, wie sie das geschafft haben. Ob sie da Krieg erklärt hatten. Oder ich muss mal nachschauen später. Auf jeden Fall. Ja, Österreich marschiert ein. Ich glaube nicht, dass sie die KI schon so Sorge gemacht haben, dass die da angreifen würde. Und somit. Ich denke, das wird es jetzt auch gewesen sein. Vor allem, weil deutsche Truppen auch aktuell in England kämpfen. Und das wird natürlich auch nicht lange halten. Davon gehe ich nicht aus. Und Norwegen landet auch hier oben irgendwo. Und dann ist hier noch Kuban. Also es ist eine merkwürdige Situation in Europa. Das sind alles irgendwelche Leute, die überall irgendwo unterwegs sind und landen. Und alle haben Moralprobleme. Das ist ganz merkwürdig. Und vor allem einer unsympathischer als der andere. Also die Zeitung ist eine Katastrophe hier. Das ist wirklich, wo war das hier? Das ist hier. Hier war vorhin noch ganz viel Stress. Habe ich es weggeklickt? Vielleicht habe ich es weggeklickt. Oder vielleicht wurde es auch gelöscht. Da war vorhin noch ganz viel Stress in der Zeitung. Oder das hier auch. Also das ist irgendwie ganz merkwürdig, was hier Kubanen und die Philippinen und die Deutschen und alle schreiben. Es ist sehr, sehr schwierig. Mal schauen, was da passiert. Ich werde mich da erstmal raushalten. Ich habe da kein wirkliches Interesse dran. Wie gesagt, ignoriert die Zeitung und diese Artikel in den meisten Fällen einfach. Das ist gar nicht mal so spannend. Zeigt eher, wer hier nicht ganz so stabil ist. Und gibt euch vielleicht eher ein Ziel als irgendwas anderes. Von daher würde ich mir da kein Drama leisten in der Zeitung. Und ja, das heißt, wir machen hier einfach mal ein bisschen weiter. Wir sammeln erstmal Truppen in Kindu. Wir greifen dann eventuell Ostafrika an. Morgen oder übermorgen. Je nachdem, was eben Mosambik jetzt macht. Und ja, dann bauen wir bald unsere erste Artillerie, unsere ersten Kreuzer. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.